Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV, mit der Trailer-Vorschau zu Straw Dogs, in dem James Marston und Kate Bosworth weg aus der Stadt und in die Idylle der Südstaaten ziehen. Doch der Schein trügt und sie lernen bald die wahren Gesichter ihrer Nachbarn kennen. Außer den beiden sehen wir Alexander Skarsgård und James Woods. Damit ihr lernt, wie sie sich bei lebenden Leuten benimmt. Aber Bildung darf doch nicht einseitig sein, Harry. Das eine führt... Arbeiten Sie dann hier, nicht an mir. Das ist der Sheriff. Amy! Ja, hallo, hören Sie? Das ist die Notrufzentrale. Da draußen sind fünf bewaffnete Männer. David! Wie findest du's? Es ist umwerfend. Der Ort verströmt Geschichte. Hab dich nicht so. Jeder vertraut hier jedem. Keiner schließt die Tür ab. Ich bin froh, dass wir hier sind. Fried Pickles. Fried Pickles? Wo wir meinen... Mr. Sumner, Charlie, Sie wollten von mir einen Kostenvoranschlag wegen der Reparatur Ihrer Scheibe. Ah, ja, ich erinnere mich. Könnten Sie morgen anfangen? Ich finde, dass es noch sehr früh ist. So machen wir das hier, Sir. Sie werden sich dran gewinnen. Alles klar. Danke, meine Herren. So ein Scheiß bringt nur Ärger, Mann. Wenn das Ärger bringt, dann will ich ganz viel Ärger haben. Diese Sturmhunde haben mir draußen gerade den Körper abgeleckt. Ich kann nicht einfach hingehen und Sie beschuldigen, okay? Friedrich. Ich werde Sie morgen feuern. Und das war's dann. Wie viel werden wir für das Dach abdrücken? Wir werden unseren Lohn schon bekommen. Charlie, es gibt in der Bibel einen Spruch, der mir bekannt ist. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes. Aber was, wenn deines nächsten Weibes dich begehrt? Die kommen bestimmt nicht raus. Also müssen wir da rein. Wenn Sie es schaffen, hier reinzukommen, sind wir tot. Lass mich laufen! In dem scheint wohl doch ein Mann zu stecken. Vorsicht, Vorsicht! Passen Sie auf! Wir werden nicht zulassen, dass Sie das Gesetz in Ihre eigene Hand nehmen. Du siehst nicht! Und ist das was für dich? Wie gefällt dir der Trailer? Der geplante Kinostart von Straw Dogs in Deutschland ist der 1. Dezember. Bis dahin wie immer viel Spaß im Kino. Für heute Tschüss aus Hollywood. Untertitelung des ZDF für funk, 2017